Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder mal Gül. Diesmal möchte ich euch zeigen, wie ein Objekt bei mir entsteht, von der Idee hin bis zum fertigen Produkt. Hierfür habe ich mir etwas aus dem Haushalt ausgesucht, nämlich Keksformen. Im ersten Teil zeige ich euch, wie ich die Formen designe. Zuallererst skizziere ich mir ganz grob die Formen. Hierbei geht es nicht um Details, sondern wirklich nur um die ganz einfachen Umrisse. Ich mache mal eine Schnecke, einen Vierklee, ein Schweinchen und ein Motorrad. Und los geht's mit dem Designen in Viacat Pro 8. Ich öffne ein leeres Dokument und speichere es gleich ab. Zwischendurch speichere ich immer wieder Versionen der Arbeit mit fortlaufenden Nummern ab. So kann ich immer ein paar Schritte zuvor fortsetzen, sollte ich etwas ändern wollen. Für den Vierklee mache ich mal ein Hilfskreuz aus geraden Linien. Dann zeichne ich eine Ellipse. Mein Klee wird symmetrisch, daher kann ich diese Ellipse für die gesamte Figur verwenden. Ich drehe die Ellipse um ein paar Grad und kopiere sie. Die Kopie positioniere ich so, dass sie die erste Ellipse um die Y-Achse spiegelt. Mit der Funktion Abrunden von zwei Linien verbinde ich die beiden Ellipsen mit einem Radius von 5 mm. Dann kopiere ich diese drei Elemente, also die beiden Ellipsen und die Verbindungslinie. Füge sie ein und drehe die Kopie um 90 Grad. Das mache ich auch mit der dritten und mit der vierten Seite. Die vier Kleeblätter verbinde ich wieder mit der Funktion Abrunden von zwei Linien und wieder mit einem Radius von 5 mm. Für den Stiel mache ich einen Kreisbogen, kopiere ihn und füge ihn wieder ein. Das Ende des Stiels mache ich auch mit einem Kreisbogen. Meine Hilfslinien kann ich jetzt entfernen. Jetzt nehme ich die Funktion Bereich Trimmen und klicke außerhalb der Figur irgendwo hin. Hauptsache außerhalb der Figur. Wenn alles passt, bleiben nur die äußeren Umrisse der Figur übrig. Dann wechsle ich in den 3D-Modus und versuche über die Funktion Drücken und Ziehen aus dem Grundriss einen Volumenskörper zu machen. Wenn ich mit dem Auszeiger über die Figur fahre, wären nur die Blätter rot. Das bedeutet, dass der Stiel noch nicht mit den Blättern verbunden ist. Die Figur muss sozusagen wasserdicht sein. Das heißt, dass alle Linien eindeutig miteinander verbunden sein müssen. Jetzt verbinde ich auch noch die letzten Linien mit der Funktion Abrunden von zwei Linien. So, jetzt wird die gesamte Fläche rot und ich kann die Figur auf die gewünschte Tiefe hochziehen. Die Tiefe ist hier durch den Parameter Abstand definiert. Dann wähle ich die Funktion Hohlkörper. Der Parameter Abstand gibt bei dieser Funktion die Dicke der Seitenwände an. So und zack. Hier kann man sehen, dass die Rückwand noch übrig geblieben ist. Also werde ich diese auch noch entfernen. Hierzu ziehe ich über die gesamte Grundfläche der Figur ein Rechteck und wechsle anschließend in den 2D-Modus. Dort markiere ich nur den 4K und entferne ihn. Dann kommt wieder der 3D-Modus. Dort ziehe ich das Rechteck um 3mm hoch. Das ist genau die Dicke der Rückwand. Anschließend nehme ich die Funktion Volumenkörper subtrahieren. Zuerst markiere ich den Körper, von dem abgezogen werden soll, dann den Körper, welcher abzuziehen ist. Übrig bleibt nur der 4K und das Rechteck. So, jetzt entferne ich noch das Rechteck und fertig ist die Konstruktion der Keksform. Für die weitere Bearbeitung muss die Konstruktion jetzt noch in das richtige Dateiformat exportiert werden. Für Makerware nehme ich das SDL-Dateiformat im SDL-Format ASCII. Das war's mal mit dem ersten Teil. Im zweiten Teil zeige ich euch, wie aus den SDL-Dateien druckfertige Dateien für den MakerBot Replicator 2 erzeugt werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum zweiten Teil. Bye, bye!